Heute am 6. Mai haben wir uns wieder auf den Weg gemacht, um einige Machtränker-Betriebe zu besuchen, da ja wieder einige neue Regelungen von der Regierung erlassen wurden. Wir haben heute besonders den Blick auf die Gastronomie, Handel und auf den Fitnessstudio-Betrieb Mrs. Sporty gelegt. Lieber Rudi, wie ist es dir als Fitnessstudio-Betreiber des Mrs. Sporty Machtränken in den letzten Wochen ergangen? Was kannst du uns darüber berichten? Ja, nachdem meine beiden Clubs Mrs. Sporty in Machtränken und in Wels jetzt seit 16. März behördlich geschlossen sind, das sind ja immerhin jetzt schon acht Wochen, kann man sich vorstellen, dass es einem Unternehmen da persönlich und auch wirtschaftlich nicht gut geht. Wisst ihr schon, wann ihr wieder das Fitnessstudio öffnen dürft? Leider nein eben. Letzte Woche hat es von der Bundesregierung geheißen, dass es der 29. Mai sein soll, ist aber in der Zwischenzeit leider nicht bestätigt worden und das Schlimme daran ist auch, dass wir nicht mehr wissen, unter welchen Auflagen. Das heißt, wir würden ja alle Auflagen erfüllen, jetzt von der hygienischen Seite oder auch sicherheitstechnischen Seite. Unsere Damen können trainieren, der zwei Meter Abstand, der gefordert wird, ist auch, oder wird eingehalten. Also wir stehen in den Startlöchern, aber es ist eigentlich unverständlich, dass die Regierung uns als Fitnessbetreiber so hängen lässt. Anscheinend ist Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden für die Bundesregierung ganz weit hinten gereiht. Und habt ihr aktuell für eure Mitglieder sportliche Aktivitäten oder Aktionen geplant, dass man sich trotzdem weiterhin fit halten kann, trotz Schließung? Ja, da sind wir seit Beginn der Schließung eigentlich sehr aktiv. Wir bieten grundsätzlich 24 Stunden ein Online-Service an. Das heißt, wir haben mit unserer Zentrale in Berlin eine Plattform, wo man einerseits Trainingsvideos jederzeit zu Hause mit der Familie auch trainieren kann. Andererseits gibt es viermal täglich von Montag bis Sonntag Live-Trainings, wo man also mitmachen kann. Weiters haben wir eine Mrs. Sporty-Trainings-App. Unsere Damen, die Übungen, die sie normalerweise hier im Club absolvieren, können sie zu Hause, Smartphone, Tablet trainieren. Und wir sind stetig mit unseren Damen in Kontakt, weil es immer wieder Trainingsplan, Aktualisierungen gibt, beziehungsweise Ernährungsberatung und ähnliches. Und seit heute starten wir dann auch ein Outdoor-Training. Jetzt ist es erlaubt, eben in 10er-Gruppen Kurse im Freien abzuhalten. Und heute wird dann täglich von Montag bis Samstag eben eine Stunde im Freien mit den Damen trainiert. Lieber Rudi, hast du noch eine Message an unsere Machtränker? Einerseits freuen wir uns natürlich, wenn unsere Mitgliederinnen wieder ab hoffentlich Ende Mai bei uns wieder trainieren. Oder auch eben für Nicht-Mitgliederinnen, die eben vielleicht ein paar überschüssige Kilos losbringen wollen oder mehr für Fitness und Gesundheit tun wollen. Für die sind wir natürlich auch da und freuen uns, wenn es dann wieder losgeht, wenn ihr bei uns vorbeischaut und ein kostenloses Training bei uns genießen könnt. Liebe Anita, wir stehen jetzt gerade im Feature in deiner Bar. Du hast gestern ein 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Erzähl uns einmal ganz kurz, wie es dir die letzten Wochen hergegangen ist und was deine Erfahrungen waren. Ja, die erste Zeit war sehr emotional, muss ich sagen. Hat mir reingetragt, weil man auch nicht gewusst hat, wann sperren wir wieder auf, wie sperren wir wieder auf, wie es weitergeht. Es war generell, glaube ich, für jeden Unternehmen eine Zumutung plus Mitarbeiter. Ja, jetzt schauen wir halt, dass wir das Beste machen. Wir schauen jetzt einmal, dass wir den Garten fertig machen und einmal alles sauber machen, dass wir für den 15.05. bereit sind. Ja, wie schaut das jetzt aus? Ab 15.05. öffnest du wieder und wie setzt du die gesetzlichen Bestimmungen dann um? Wir schauen, dass wir halbwegs was einhalten können. Von den Tischen her geht das ja aus und hoffen auf ein schönes Wetter. Dann können wir den Gaskarten genauso nutzen und es haben mehr Leute Platz. Und Anita, hast du noch irgendeinen Appell an die Macht Tränker? Und zwar sperren wir am 15.05. wieder auf mit gähnenden Öffnungszeiten von 17 Uhr bis um 23 Uhr und ich freue mich schon wahnsinnig auf euch. Danke Anita für das Interview und alles Gute. Liebe Kathi, du hast jetzt seit 14. April wieder offen. Das sind rund drei Wochen. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was, wie es dir in der Woche unter Schließung gegangen ist und wie die Wochen der Wiedereröffnung für dich waren. Ja, grundsätzlich, wie wir erfahren haben, wir müssen schließen, war einmal, ich glaube, wie bei vielen diese Schockstarre. Ich habe natürlich mein Team auch darauf vorbereiten müssen, dass wir jetzt einfach mal wirklich zumachen. Wir haben jedoch noch, dadurch, dass es so schnell gegangen ist, einige Bestellungen gehabt. Jetzt bin halt ich hergefahren, habe die Bestellungen noch so weit abgewickelt mit den Kunden. Und ja, nach einer Woche hat man zwar zuerst gedacht, gut, Füße hoch. Das war dann nicht so, weil irgendwie ist mir die Arbeit dann gleich mal abgegangen, beziehungsweise die Blumen sowieso. Und dann habe ich nach einer Woche gleich mal angefangen, dass ich gesagt habe, ich bestelle wieder was. Wer möchte, kann mitbestellen. Und das ist dann relativ gut angelaufen. Ich habe quasi alleine die Firma jetzt weiter betrieben, habe die Bestellungen gefertigt, alles ausgeliefert. Die Kunden waren wirklich alle sehr, sehr dankbar und sehr nett. Also es waren ganz, ganz viele tolle Gespräche dabei, wo man einfach gemerkt hat, dieser Zusammenhalt war enorm. Natürlich war ich aber dann selber mental, sage ich mal, schon ziemlich fertig. Zwischen Homeschooling, einfahren, Bestellungen machen, ausliefern, wieder heim, Homeschooling, kochen, putzen, sonstiges. Ist eine Mutter doch sehr gefordert gewesen, wo ich dann wie erfahren habe, dass wir wieder aufsperren dürfen. Heilfroh war, dass einfach mein Team retourkommt, weil es war, sage ich mal, für die Fixkosten war es super, dass wir es gemacht haben. Für alle war es einfach zu wenig. Und für mich allein war es aber zu viel Arbeit, muss ich auch sagen. Und darum war ich wirklich sehr froh, wie ich gehört habe, ich darf meine Damen wieder zurückholen. Und ich habe da wieder Unterstützung und ja, seither sind wir zufrieden. Wir sind alle gesund, das ist einmal das Wichtigste. Die Kundschaft kommt wieder, aber natürlich halt nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Es fällt doch sehr viel weg. Also gerade wir dann momentan nur Hochzeiten verschieben, neue Termine organisieren. Das, was das Jahr einfach trotzdem sehr gut gewesen war an Hochzeiten, das fällt jetzt wirklich alles weg. Es sind auch noch einige Firmen, was uns einfach fehlen, weil die Leute in Kurzarbeit sind, die was normal zum Geburtstag Blumensträuße kriegen, beziehungsweise diese Großevents. Und es wird sich das ganze Jahr aber, glaube ich, nicht recht viel ändern. Ja, wir sind jetzt momentan schon in die Vorbereitungen für Muttertag. Wir schauen auch, dass wir das so organisieren können, dass die Wartezeit sehr minimiert wird. Und wir freuen sich natürlich, wenn alle Machttränker, Machttränkerinnen kommen, weil gerade jetzt, muss ich sagen, auch jede Mutter mit Kindern zu Hause hat sich noch mehr verdient als vorher. Liebe Elisabeth, lieber Jörg, ihr habt jetzt schon fast zwei Monate euren Gasthof, das Fischer und das Hotel geschlossen. Wie ist es euch die letzten Wochen ergangen und wie habt ihr die Zeit eventuell auch genutzt für euch? Ja, privat gesundheitlich geht es uns gut. Das ist einmal das Wichtigste. Wir haben die Zeit wirklich für die Familie genutzt. Wir haben es jetzt selber privat einfach, man muss das Beste daraus machen. Und das war insofern familiär eine schöne Zeit. Betrieblich ist es eine Katastrophe. Also da braucht man gar nicht drin, dass man zwei Monate von heute auf morgen zusperren muss. Aber so ist viel gegangen. Es ist betrieblich wirklich etwas, was ganz, ganz schwer zu verkraften ist und was auch langfristig für das ganze Jahr ein Schaden sein wird. Ihr habt es ab 15.05. wieder geöffnet, was ich gelesen habe. Was erwartet die Gäste dann da? Also wir sind jetzt einfach froh, dass wir ein Startdatum haben. Und das ist der 15. Mai, das ist ein Freitag. Wir haben jetzt auch beschlossen, das Wochenende zu öffnen. Wir haben jetzt eh zwei Monate zu gehabt. Und wir freuen uns jetzt alle, dass wir wieder was tun dürfen. Und werden auch Samstag, Sonntag öffnen. Und auch die Feiertage im Mai. Und wir haben jetzt auch schon alles geputzt, den Gostgarten, vierer Gramm. Alles vorbereitet. Und sind jetzt einfach einmal froh, dass wir starten können. Kann man am 15.01. einfach spontan vorbeischauen? Oder empfehlt ihr, dass man reserviert bei euch? Ja, es ist natürlich empfehlenswert zu reservieren. Und wir nehmen jederzeit Reservierungen telefonisch oder per E-Mail entgegen, damit wir das auch mit den Tischen richtig einteilen können, mit den Sicherheitsabständen und so weiter. Ob 15.01. starten wir wieder. Und wir freuen uns jetzt auch wirklich darauf, wieder Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Und mit euch ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder ein Glas Prosecco trinken zu dürfen. Oder zwei Gläschen. Also bitte kommt alle zahlreich. Wir freuen uns schon auf euch. Danke. Danke sehr.